Guten Morgen! Mein Name ist Jérôme Luling und jetzt lernen wir ein bisschen Lützebäuer. In meiner kleinen Sendung Lützebäuer sprechen wir heute über trennbare Verben. Und da gucken wir eine Tafel an. Voilà, hier ist schon ein Exerzis. Und da gibt es ein paar Sätze an der heute, ein Infinitiv von einem zusammengesetzten Verb. Also brauchen wir dieses zu kombinieren. Fangen wir hier einfach an. Wenig schreibst du das an der Kur an? Ja, das ist schon mal auch mal hier den Infinitiv an das natürlich anschreiben. Du siehst da, anschreiben, Basis vom Verb aus Schreiben. Und dann hängen wir den an für drinnen, den an. Aber in den trennbare Verben könnt ihr an den Schluss vom Satz an einem Hauptsatz wohl gemerkt. Also, wenig schreibst du das an der Kur an? Du hast den an. Du hast den an. Du hast den anderen an. Das ist die Präposition. Wann wirst du dich inscrire in der Kur oder für die Kur? Aus Schreiben. Wenig schreibst du das an der Kur an? Zack, fort. Tipptopp. Dann, die nächste. Wenig schreibst du den Film ab? Wenig schreibst du den Film ab? Ich weiss nicht mal, was geschieht, wenn ich Fehler mache. Wenn ich zum Beispiel ausmachen höre. Andere seht, hier kommt das Rote, das ist falsch. Da kannst du es trennen. Wenig schreibst du den Film ab? Was für ein Verb ist das? Das ist, hier. Uphälen. Wenig schreibst du den Film ab? Uphälen. Dann. Ich sperren dir auf. Ja. Was für ein Verb ist das? Ich sperren dir auf. Das ist nicht zusperren. Zusperren, das ist das ganze Teil. Das heißt, opsperren. Wenig. Also, ich sperren dir auf. Oder dann. Man denkt am Schlüssel normalerweise. Oder dann den Ophälen. Wupp. Am Schluss. So. Und was tun wir als nächstes? Das macht lucht aus. Das macht lucht aus. Oh ja, das geht doch ganz dags falsch ausgesprochen. Das macht lucht aus. Das ist nicht macht lucht aus. Das ist falsch. Macht lucht aus. Das macht lucht aus. Das macht lucht aus. Das macht lucht aus. Ah. Ich fangke geschwemm am Kur. Un. Das auch. Wir haben zusammen gesagt. Ein Verb wird aus. Un. Plus. Fangen. Basis aus. Fangen. Anden. Un. Die können dann rumhannen. Und wupp vom Satz. Und schluss vom Satz. Ich fangke geschwemm am Kur. Un. A geschwemm da das bientot. Soon. Aber tun wir nachher. Ich sperren dir zu. Ja. Wir hatten ja schon. Ich sperren dir auf. Hier ist luchtig Griechendeel. Ich sperren dir zu. Zack. Und schluss. Ich mache ein Fenster zu. Ja. Bleib schluss noch. Zu machen. Das ist auch kein elektronischer Apparat. Also. Ich mache ein Fenster zu. Zu machen. Fantastisch. Alles. Richtig. Und das waren schon erst. Da ging ich auch nicht an mein Hauptmenü. Ich weise euch nach meinen Kontaktadressen. Von Schliff. 1stis.alur. Ramja.alur. Ich bin auf Facebook. Auf YouTube. Und die Bücher mit denen. Ich schaffe Werbentabellen. Ob Letzebäuisch. An 170. Witze. Letzebäuisch. Merci für eure Aufmerksamkeit. Bis hoffentlich geschwün. Au revoir. Aufmerksamkeit. Aufmerksamkeit. Aufmerksamkeit.